Seit diese Preise hochgehen, bei uns jede Woche Besuch kommen. Jede Woche jemand anrufen. Hallo, wie geht's euch? Wir vermissen bei euch, seid ihr zu Hause. Wir kommen Kaffee trinken. Jede Woche. Und früher diese Leute nicht mal anrufen, Geburtstag gratulieren bei mir. Wenn ich frage meine Frau, was ist los, bis einmal bei mir oben Licht einschalten. Jetzt ist alles teuer geworden. Und die wollen auch ein bisschen sparen, Gas sparen, schön Gas ausschalten und bei Salco. Kaffee trinken, Kuchen essen, dann bringen auch Kinder mit. Die wollen auch Süßigkeiten. Ich frage Kinder, wollt ihr Wasser trinken? Nein, wir trinken kein Wasser. Ich will Apfelsaft. Die sagen, ich will Apfelschorle, denn ich trinke Traubensaft. Und ich drei Säfte aufmachen. Und dann habe ich bei meiner Frau gesagt, weißt du was? Wenn nächstes Mal Telefon klingelt, gar nichts anfassen. Überhaupt nicht mal gucken. Wie wenn da eine Schlange schlafen bei Telefon. Und jetzt ist es, jetzt ist es gut. Vielen Dank.